Hallo, willkommen zurück zum Sterbesimulator Diablo 1. Wir stürzen uns mal wieder in die Schlacht mit neuer Ausrüstung und hoffen, dass es was hilft. Ich hoffe mal einfach. Hör auf, wegzulaufen! Ich finde, das hilft schon ganz gut was, oder? Nee, da habe ich bloß den Eindruck, oder es hilft. So, jetzt ist es auch nur noch frei. Sehr schön, sehr schön. Maler-Trank, da kann ich mal hin, hier. Oh, nicht einfach im Leder ziehen. Sie sind weg! Endlich sind sie weg! So, ich hoffe, das war es jetzt hier oben endgültig mal. Das ist ja ein Rumje-Prügel hier. Aller feinster Sorte. Oh, Alter, wie groß das hier einfach nur ist. Die Hölle braucht viel Platz. Sozusagen. Ich speichere fast das aber nochmal. Was soll denn hier? Genau das. Kommst du um die Ecke, steht man da. Ah, Immugling-Lightning. Ah, super. Weißt du, was? Ich habe das Feuerwelle. Geronimo, mach ordentlich, einfach im Leder geht's um mir. Wir brauchen zum Glück nicht so viel Wanner, kann man mal machen. Hoffentlich kann man keine Idee, irgendwo umzuräumen können. Dann dürfte es alles kein Problem darstellen. Na los, komm, komm, komm! Aha, reingelegt. Uh, das sind ja schon wieder so viele von den Viechern. Scheiben-Kleister. Wir haben auch eine Schussfrequenz mit der Scheiße. Alter. Alter, dieses elendige Wegrenne hier. Ich glaube, für die kaufen wir extra noch einen Bogen. So, wisst ihr was? Jetzt habe ich schon aus dem Entwurf voll. So, nichts mehr mit Wegrennen. Oh Gott, geht mir das auf den Keks, ey. Könnt ihr ja schon abschätzen, wie sehr mir das auf den Keks geht, wenn ich da einen Zauberflug raushau, wo ich einmal meinen Mann am Füll leer mache. Bloß eine so eine Torte da umzuboxen. Das ist so nervig. Ich glaube, wenn es irgendwie Dings gibt hier, nervigste Monster ever, glaube ich, die sind ganz oben dabei. Ganz, ganz oben, mit Abstand. Alter, was machen die hier gerade mal für den Keks? Oh, ich habe einen Schaden an mir. Ich fühle mich echt bald, dass ich es mir gar nicht mehr großartig irgendwie leisten kann, hier weiterzumachen. Das ist ja... Ich komme hier nicht durch. Also wenn ich denn praktisch an den... Oh, 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 was ist er denn für einer? Habt ihr den auch gesehen? Also wenn ich an den Entboss denke, dann wird mir echt übel. Also den meine ich jetzt nicht. Ja, hier war einer. Ah! Auch toll. Du willst mit einem sprechen und das nächste, was passiert, ist erstmal eine krisse Feuerwelle serviert. Äh. Ja, noch irgendjemand da? Los, komm ran. Bevor die Feuerwelle weg sind. Was? W-w-was? Warum? Warum? Wer hat die denn jetzt angelockt? Ich war es nicht. Ich weiß nicht. Na, hock dich da in die Feuerwolls. So. Ich glaube, ich kriege das Geld nicht mehr rein, was ich hier raus habe, um die vier Dote zu machen. So, was wolltest du jetzt? Du hast nicht den goldenen Elixir gefunden. Ich schaue, dass ich für die Eterne bin. Bitte, weiter versuchen. Ein goldenes Elixir? Geh weg! Ach, vergesst es. Haut ab, haut ab! Bis zu bekloppt, hau noch zu! Was für gesoffen! Echt jetzt! Ähm, will ich, äh... Wie viel Gold habe ich bei mir? 2000. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das wieder rauskriege, was ich reinstecke hier. Das ist gerade so, das Problem. Was tut mir leid, mein Freund? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich fühle mich ein Seel in search of answers. Ich fühle mich ein Seel in search of answers. Ich fühle mich ein Seel in search of answers. Lightning, aber das hilft auch nicht, selbst wenn ich die Scroll-of-Dix verscheuere. Ja, denn ich hatte keinen... Auf, zurück ins Elend. So. Und bist du nicht füllig, so brauche ich Gewalt. Au, 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 au. Ja, da war der erste Trang schon wieder hin. Scroll-of-Lightning, die sind nichts wert. 65, das ist nicht mal ein, ein Lebenstrang. So, aber wenigstens bin ich sie jetzt los. Geh nicht immer los. Aber den hatten wir, glaube ich, schon, ne? Den Gag hatten wir schon. So, und für ihn müssen wir immer noch diese komische goldene Elixier suchen. Wenn wir das gefunden haben, haut er uns höchstwahrscheinlich auf die Schnauze. Aber so ist das Leben eines Helden. Jeder will ihn an den Kragen. So wie die da. Nicht genug Manage. Nicht genug Manage. Wer will doch, dass ich dieses scheiß goldene Elixier besorge. Könnt ihr mir mal helfen? Ja, das kannst du einfach nur vergessen, glaube ich. Dafür reicht's wieder nicht. So, also nimmst du mein Gewehr weg. Das ist doch ein Elend hier. Nein, brauchen wir noch. Bleibst du da? Ja, das, das hab ich nicht für gut. Das ist doch eine ganze Nervkolonne. Eine. Eine? Haben ja nicht mindestens zwei geschossen. Ja. Drei, vier. Fünfzehn Ritter. Oh, 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 oh. Lauf, vorrüst. Super, machst du eine Truhe auf. Das ist erst, was dir entgegenkommt. Einen Feuerball. Oh, 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 oh. Ah, meine Rüstung muss ich auch noch wieder reparieren. Ah, meine Rüstung muss ich auch noch wieder reparieren. Die wollen mich umbringen. Die Schweine. Oh. Aha. Guck mal, was wir gefunden haben. Das ist genau der blöde Skill, mit dem die uns die ganze Zeit beschießen. Oh, 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 oh. Sekunde. So, das hat auch noch geklappt. So. Alter, die Ecke ist sauber. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten, dass wir die Ecke hier noch sauber kriegen. Das ist einfach so. Uah. Läuft da einfach jetzt mal durch. Weil ich es kann. So, dann müssen wir auch schon wieder nach oben. Sag mal, ist da noch Gold gewesen? Blende ihn aus, sonst kann ich das Gold nicht anklicken. Ich brauche dort... Da liegt auch noch ein Bogen. Da komme ich auch nicht dran, solange der Heinz da eingeblendet ist. Gut, dass ich eine Stelle gefunden habe, um den sie den ausblenden. Blende ihn aus. Blende den Heinz aus. Kann so nicht arbeiten. Gib mir den Bogen. Gib mir den Bogen. Was ist denn da eine Taste für? Ah, gut. So. Endlich. Echt jetzt. Das hat er mit Absicht gemacht. Ich sag's euch. Die Sau. Der Sauische. Jetzt verschauen wir erstmal die zwei Bögen. Was kann ich für dich machen? 24... äh, 25 Gold. Echt jetzt? Was kann ich für dich machen? Also manchmal, ne? Missfalls... achso, das war der... das Schwert. Das war glaube ich das Falsche. Ja, war's. War das Falsche? Ich brauche das da. So. Hat schon genügt. So. Äh, 3 glaube ich. Nein. Oh, doch schon. Das ist ein ganz schön höherer Skill. Na gut. Äh, magischer Schaden. 24 bis 24, ne? Kosten. 25 Mana. Der Schuss. 25 Mana. Der Schuss. Also für eine 26 Mana krieg ich eine Feierwahl hochgezogen. Also da kommt sich so... Kosten-Nutzen drängen sich da auf. Und meine Knete schwindet. Nein, mein Kind. Nein, mein Kind. Nein, mein Kind. Ich hab ja eigentlich keinen Bock auf hartes Grinding. Ja, ist ja gut. So. Warum nur... Ja, warum nur... Ja, warum nur... Warum nur stehe ich hier und, ähm... Quatsche, blödes Zeug. Äh, vermutlich, weil ich gerade mal wieder auf die Uhrzeit geschaut habe. Und ich muss sagen... Die Zeit ist schon wieder um. Also, nachdem wir jetzt endlich geschafft haben, diese Ecke da zu reinigen... Würde ich sagen... Ja, machen wir jetzt erstmal Feierabend für heute. Ähm... Ja, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Tschüss.